Aber die Rätsel werden jetzt richtig cool. Fällt mir. So. Puff. Jetzt weiter hoch. Das ganze Ding hätten sie auch zwei Stockwerke kleiner machen können. Überall blitzt's und knattert's. Ach, und das Ding schießt uns jetzt wohl wahrscheinlich nach oben, ne? Also. Nein! Ich bräuchte ein Spiel, das einfach nur gerade geht, ne? Keine Höhen und Tiefen, immer nur gerade, ne? Das darf ruhig Rätsel haben, aber runterfallen darf man nicht. Das wär' ein Spiel für mich. Ich glaub, deswegen spiel' ich auch so gerne LOL, ne? Da gibt's auch nur eine Ebene, kannst nirgendswo runterfallen. Optimal für mich. Rolle-Pulle-Portal, hopp. Und... Low-Cost-Portal. Hopp. Boah, es ist hoch. Uah! Buh-Buh-Buh. Wurde ich mir richtig schwindelig. Egal, rein! Nein! Mio! Geilo! Truhe auf! Schlüssel! El Schlüslo! Nein, flieg halt! Oh, danke! Oh Gott! Ich hab' schon gedacht, das wär' wieder vorbei. So, das heißt, wieder. Tiu! Und wie? Ah, mittlerweile bin ich Profi. Oh, ha! Das war knapp. Hab' ich ja gut hingekriegt. Ah, und jetzt kann ich auch da oben hin. Okay! Okay, 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 jetzt weiß ich auch, wozu die nächste Etage... Oh, da ist grad' mein Bus! Nimm mich mit! Dankeschön! Boah, da kann man wieder runterfallen. Nicht gut für mich. Und ab! Nein! Ah, das reicht auch. Perfekt. Kieks! Und durch. Oh nein! Mein Lieblingsaufzug. Ich mag ihn so gern. Ich mag's nicht, auf engem Raum zu kämpfen. Ich brauch' immer ein bisschen Platz. Zum Ausholen. Wo bleibt ihr? Wo bleibt ihr? Hallo? Oh! Ich mach' den einfach so, hm? Das ist doch cool. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Und nochmal. Du, komm' ruhig her. Das können wir noch den ganzen Tag so machen. Das machen wir so lange, bis wir oben sind. Finish wird hier nicht. Wenn dann alle auf einmal. Soll ja auch keiner bevorzugt werden. Was? Oh, nein. Oh, nein, 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 nein. Nein, Hilfe! Das ist die Alternative. Kommt alle her? Kommt alle her? Hoppa! Hoppa! Und hoppa! Puff! 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 Und auch noch. Komm her. Guter Junge. Und es geht gleich weiter. Und weiter. Ach, man kann das auch machen, wenn es auf dem Boden liegt. Das ist ja cool. Das ist ja ein witziger Skill. Der absolute Aufzug-Skill. Hui! Ja! Komm her! Komm rein in die Party. Renn nicht außen rum. Zauber! Komm. Da lege ich jetzt mal Hand an. Easy! Das liefst doch sauber. Optimal. Bin ich mit meiner Leistung höchst zufrieden. Dann drehen wir hier auch mal. Achso, man könnte auch die Tür nicht von Hand aufmachen oder so. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, welche Überraschung. Alter, bitte nett. Ich hasse Abgründe. So, warum müssen hier überall Abgründe sein? Ach, nö. Ja, lecker. Njam, njam. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Eigentlich wollte ich hier den Move machen. Der kam doch ganz gut an eben. Hey, der kommt auch bei dem Typen ganz gut an. Cool. Hey, ich feiere gerade die Sense. Warum habe ich das nicht das ganze Spiel lang schon gemacht? Ja, geil. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Jawohl. Sauber. Ja, hol halt noch deinen Kumpel dazu. Kein Problem. Ich habe genug für euch alle. Alles, das Ding ist mega okay. Oh, okay. Alles, wieder so an. Uiuiui Für den brauche ich mal die Faust hier Der ist gefistet Uiuiui, der wird nicht gefistet Der fistet mich Bum, 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 bum Bringt gar nix, bringt gar nix, ich brauche Leben Dankeschön Chaos gestalt brauche ich für den jetzt noch nicht Das ist ja übertrieben Deine Seele gehört mir Oh lol Oh lol Uiui, der ist hartnäckig Krass Deine Seele gehört mir Na das wars schon Einfach halbiert Nice Ich muss Ich vergesse immer wieder diese Chaosgestalt Die muss ich viel öfter nutzen Viel viel öfter Oh lol, über mir ist ein Artefakt Tatsache, da schimmert sogar Woher ich da ran Ne Ah Woher ich da Na da komme ich nur da Woher komme ich denn überhaupt her Oh Leute Das ist ein Riesenschalter Wo komme ich denn überhaupt her Ich komme doch die Karte Also ich komme Ah, ich komme vom Auszug So, hier komme ich her Und ich gucke Wo ist der Aufzug? Ja, das ist der Aufzug. Also von hier komme ich. Und jetzt habe ich einmal die Möglichkeit, nach links zu gehen. Das ist aber keine gute Idee. Da komme ich nicht rüber. Und ich habe die Möglichkeit, nach rechts zu gehen. Das ist eine bessere Idee. Was ist denn da oben? Ein Trülein? Später aufheben. Ach, dann haben wir wieder die lustigen Wackeltürme. Naja, schließ dich noch. Okay, da muss wieder irgendwas explodieren. Also, Le Portal Gun. So. Und da gucken wir erstmal durch. Was sehen wir denn da? Er dreht sich um und... Was schieße ich da mal drauf? Was ist da drüben? Ha, ha, ha. Da hätten wir uns in den Abgrund gestürzt. Wenn wir einfach durch wären. Okay. Das heißt, wir warten gleich, bis der sich nochmal dreht. Und ballern das Teil weg. Schon mal auf den Enderhaken wechseln. So, komm her. Oha. Oha. Oha, das dreht sich auch nochmal. Das ist ja fies. Das ist so ein Arschloch. Okay, ich muss... Das war ein Fehler. Ich muss mit dem... Mit dem volle Pulle Portal da drauf schießen. Das war jetzt nur so das Low-Cost-Portal. Jetzt einmal mit voller Pulle. Ja. Und... Durch. Ah, schon besser. So, jetzt tritt sich das auch. Oh, schön. Sogar direkt ran. Das ist ja nett. Vielen Dank. Oh, was erwartet mich? Ich bin über alles froh. Außer über diese blöden Hexen. Da dürfen von denen noch 10 Teile kommen. Hahaha. Gut. Oh, lol. Ich nehm Giftschaden. Ich nehm Giftschaden. So ein Arschloch. Ich werde dir das Fleisch von dem Knochen reißen. Alles klar. War zu früh. Ui. Hey, das war nice gedeutscht. Darf ich mich mal selber loben? Oh, jetzt wirbeld er wieder. Aber hier hab ich Platz. Das ist so schön, wenn man Platz hat. Jo, komm ruhig. Oh, oh. Gut, war das sehr effektiv? Na, komm, mein guter. Komm her. Keine halben Sachen. Schön. Oh, was? Ah, komm. Kleinkinder dürfen wir nicht mal kommen. Der große Papi muss noch ein bisschen baden. Okay. 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 Oh, die können blocken. Ich kann doch auch blocken, ich denke. Wie ging das nochmal? Ich vergesse es immer wieder. Solche coolen Sachen. Ne, so war es nicht. Ich musste einfach nur Alt drücken, ne? Oder Alt gedrückt halten. Oder im richtigen Moment Alt drücken. War das so? Ja, das war gut funktionieren. Oh, da kommen noch mehr. Da freuen wir uns an. So. Oh, das wird jetzt nochmal über den Blocken probieren. Das war doch mega geil. Oh, hat gut funktioniert. Super. 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 Zu spät, viel zu spät. Komm nochmal. Oh, nice. Das hat gut funktioniert. Geil. Ich gucke, ob das bei dem Ding auch funktioniert. Kann ich den auch blocken? Wäre mega geil. Oh, ich kann den sowas von gar nicht blocken, ne? Wahrscheinlich muss ich den auch zuerst töten. Sonst kommt immer wieder neue, kleine. Ich muss mal abräumen. Ich wollte gerade gucken, ob ich den Schildstoß blocken kann. In diesem großen Wumme wahrscheinlich nicht. Aber der Schildstoß. Deine Seele gehört mir. Ja, ja. Oh, lol. Seinen eigenen Mann umgepustet. Geil. Ich wollte, dass die Kleinen in seinen Hammer reinrennen. Ich bin selber reingerannt. Und eben konnte ich noch finishen. Jetzt nicht mehr. Deine Seele gehört mir. Das ist doch witzig. Brumm. Was willst du, Kasper? Oha. Zack. Ja, komm her. Zack. Jetzt könnte man echt mal langsam wieder Leben gebrauchen, ne? Alter, wie viele wollen denn noch kommen? Haut euch einfach gegenseitig zu. Oh, das wäre doch jetzt Chaosgestalt. Aber die hebe ich mir wirklich für die schweren Fälle auf. Die sind einfach nur brauchen eine Zeit lang, aber sind nicht so mega OP. Chaosgestalt ist für richtig OP Sachen. Zu spät reagiert. Oh, der wirbelt, der wirbelt. Hat seinem Kumpel gleich die Fresse weggewirbelt. Nice. Du bist schwach. Ja, sehe ich schon. Oh nice, also den Schild kann ich blocken. Cool. Ich werde dir das Fleisch von dem Knochen reißen. Deine Seele gehört mir. Und jetzt gib deinem Bruder da. Jawoll, sauber. Oh, ich kann finishen, cool. Danke. Das sind so Kämpfe, die ist mir jetzt wegen zu langwierig, ne? Weil richtig hart schwierig sind die Gegner nicht, aber es zieht sich. Und weg mit dir. Ja, das war's jetzt zum Glück, hey. Hätte er noch 10 Stunden kämpfen können. Also rein geht's. Und gleich an die Kurbel. Ist immer das Beste, gleich mal Kurbel. Was passiert? Es dreht sich was. Okay. Oha. Ist das eine Truhe? Geld? Nein. Immer mit. So. 11.000 Zielen schon. Nice. Oh, da kann man hoch. Ist aber noch nicht weiter interessant. Oha, da kann man runterfallen. Da kann man auch runter... Oh, da ist ein Portal. Okay, brauchen wir aber noch nicht, denke ich. Dann gibt's da wieder irgendwo an... Warte, fuck, die hat da unten. Ach, Wasser. Nehmer mit. So. Und jetzt haben wir... Ich benutze erstmal die Portal Gun für hier. Und für da drüben. So. Dann aktiviere ich den Charter hier. Hopp. Ach, jetzt lässt das Wasser ablaufen. Das ist ja witzig. Ach, das ist ja cool. So, jetzt ist hier kein Wasser mehr drin. Und da drüben... Kann ich jetzt... Ah, ich kann drüber schwimmen. Ja, geil. Cool. Hopp. Man kann auch wieder in der Kurbel drehen. Nice. Ach, und wenn ich jetzt wieder den Charter ganz am Anfang benutze, dann dreht's und kurbelt diese Säule in der Mitte. Vorher hat sich's ja nur frei gekurbelt. Jetzt kurbelt's dann die Säule. Wir sind Bohrer. Das bohrt sich jetzt wahrscheinlich jetzt irgendwo rein. Hopp. Hopp. Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Ach, da drüben hat sich nichts getan. Aha. Ein Portal. Schön. Und das ist für... Ah, ich hab ne Idee. Wolle-Pulle-Portal. Wo ist jetzt das Gegenstück? Da. Tun wir hier das Low-Cost-Portal rein. Ja, lass dich fallen, Junge. Und damit hier. So, und ob. Wow. Hahaha. Die Entwickler hatten so ein Faible für Aufzüge, hab ich das Gefühl. Türme und Aufzüge, das haben sie gern gemacht. Ja, Gott geht es hoch. Ah, Portal. Kugel. Oh, der Gulen. Ah, die... Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt sind wir da an der Wand, die Portal vor. Oh, und da... Oh, da ist gar nichts... Oh, das sind Stachenfallen. Oh, Leute. Okay. Das heißt, wir müssen da relativ weit oben ein starkes Portal hinziehen. Und da unten ein schwaches. So, und dann locken wir mal hier in die Nähe. Komm her. Noch ein bisschen näher. Okay. Jetzt hau mich. Wie läufst du denn? Komm her. Schlag mich jetzt. Perfekt. Geh ich da rein? Okay, wenn man einmal den Dreh raus hat, jetzt kann alles kommen. So. Wieder schön irgendwo an den Rand gehen, damit man nicht uns trifft. Oha, der bewegt sich jetzt ganz schön weit, wenn der Schläger schlägt. Oh, da war er zu weit weg. Fuck. Ja, zieht das Ding wieder ein. Wir wollen doch weitermachen, oder? Junge. Zieht das Ding ein. Dankeschön. Jetzt kommt noch ein bisschen näher. So. So stehst du gut. Jetzt schlag mich bitte. Hallo. Möchten Sie bitte Ihre Hand gegen mich erheben? Oh nein, doch nicht so. Du bist zwar putzig, aber manchmal ein bisschen doof. Ja, genau so. Okay, perfekt. Jetzt funktioniert das auch. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Fuck, 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 fuck. Ich muss weg. Ui, ui, ui. Das war knapp. Ui. Das knallt aber, wenn es trifft. La Aktion. Und das dürfte es auch eigentlich schon gewesen sein. Bin ich jedes Mal traurig. Oh. Ja, ah. 基 construiravais. Ja. assignments24p. Ich bin. Ja. Vielen Dank.